Musik So, hallo meine Schüler und Schülerinnen. So, heute sprechen wir über die neue Lektion, es ist die Geschäfte. Ahlan, Dolab el-Azai. Wir haben heute einen Klang an Versikdib, die die Geschäfte. Die Geschäfte, also der Matäger, also der Nachhaltige Tugere. So, Teile, Sprechen und Schreiben. Teile, Sprechen und Schreiben. Das heißt, das ist die Geschäfte. So, sehen wir zusammen die Alleralltags- oder lernen wir zusammen heute, die Alleralltags- und die Institutionen. Was haben wir, wie die Namen fragen, wie nach die Namen fragen oder nach Alter fragen und so weiter. Wie können wir das mal machen? Denn heute, wir können uns über die Frage nach Namen fragen. Frage nach Namen. Frage nach Namen. Das ist eine Frage an den Ism. Ich würde sagen, wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Wenn ich nach Namen fragen will, Entschuldigung, wie heißt du oder wie heißen sie? Okay? So, ich kann mal sagen, ich heiße Ahmed. So, oder wer bist du oder wer sind sie? Wenn ich nach Respekt frage. So, wer bist du? Wer bist du oder wer sind sie? Wie kann ich das mal antworten? Ich bin Ali. Ich bin Ali. So, oder Nummer drei. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Oder wie ist ihr Name? Lama gess al-ehterom. Ihr Name. So, Name hat bestimmte Artikel. Der. Wir müssen das mal dein oder ihr sein. Mein wie gesagt. So, wie ist dein Name? Wie kann ich das mal? Mein Name ist Kazar. Mein Name ist Mona. Mein Name ist Ali. Mein Name ist Mohammed. Und so weiter. So, der Name hier hat drei Sachen. Vorname, Nachname und Familienname. So, Vorname oder Nachname ist mein Name. So, ich bin Mohammed Yusri. Mohammed Amin. So, mein Familienname ist Amin. Okay. Nummer zwei. Frage nach Alter. Nummer zwei. Frage nach Alter. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Oder wie alt sind sie? Wie alt sind sie? Wie alt sind sie? So, wie kann ich das mal antworten? Ich bin 20. Ich bin 30. Ich bin und so weiter. So, das ist mein Alter. So, ich bin 34 oder 35 Jahre alt. So, Nummer zwei. Frage nach Wohnort. Wohnort. Kumven hautort. Wir haben Hundred. Das ist von Wornort. Diese Seite ist von derfiction. Wie alt ist die Wohnung. Die Wohnung. Wohnort. Also, die~!! Wornowort. Hierенным festen. Wie alt bist du? Oder wohnen sie? Wohnen. Weil Jan er noch nicht sagt. Aber es ist schön. Also, ich wohnen in. Ich wohnen in. Weil du hier engst angst. Hier eu den karten Mal auf der relaxation Mach. Ich wohne in Minya, ich wohne in Minya. Oder, wo lebst du? Wo lebst du? Ich wohne in Minya. Ich lebe in Minya und so weiter. Nummer vier, Frage nach Heimat. Frage nach Heimat, die Frage nach Heimat. Wie kann ich sagen? Wie ist die Frage nach Heimat? Wie ist die Frage nach Heimat? Wie ist die Frage nach Heimat? Wenn ich den Akzept anheilspringen, die mit die große Sprache ist, dann sagt er, wo ist die Frage nach Heimat? Oder mit Du? Ich bin oder ich kommen aus. Ich bin aus. Die Öffentlichkeit hat mich an. Aus. 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 Ich bin aus. 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 Aus Deutschland. Der Schweiz. Ich bin oder ich komme aus. Der Schweiz. Der Schweiz. Der Schweiz. Wenn ich gesagt habe, aus, dann wird der, aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Ein weiteres. Der USA. 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 Oder dem Irak. Der Irak. Der Türkei. Und so weiter. Die Länder mit Artikel. Die Länder mit Artikel. Das sind die Schweiz, USA und Irak. Auch. Türkei oder Iran. Ähmel bleibt Ägypten, Deutschland. Auch Österreich. Auch Ei-Belateni. Auch Cairo, Giza und so weiter. Hat keine Artikel. So, Länder ohne Artikel. Es ist Ägypten und Deutschland. Nachher. Fragen wir nach Hobbys. Nach Hobbys. Das heißt, Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Gitar spielen, Fußball spielen, Schwimmen, Bücher lesen, Fragen nach Geschwistern. Also, die Frage zu den Geschwistern, ist es. Wie viele Geschwister hast du? Wie viele Geschwister hast du? Wie viele Geschwister hast du? Oder haben sie? Ich habe zwei Brüder und drei Geschwister. Ich habe zwei Brüder und drei Geschwister. Man kann das Plural für jede Kälte sagen. Bruder. Wenn man das Plural macht, dann sagt man das Plural. Bruder. Und Schwester? Ich sage Schwestern. Okay, alles klar. Das ist nach Geschwester. Jetzt eine Frage nach Pirouf. Was arbeitest du? Was arbeitest du? Wie kann man sagen? Die Wazifte. Ich sage die erste Frage an dir. Was arbeitest du? Was arbeitest du? Als. Das ist die Sprache. Die Sprache ist die Sprache. Ja, als Pfad, als Pfad, als Pfad, als Schwestern oder als Fahrer. Ich arbeite als Lager. Ich arbeite als Taxi Fahrer. Also, diese Sprache beginnt mit Ich habe eine Stimme als. Wir gehen von dieser Seite. Ich habe eine Stimme als. Ich habe einen Job als. Ein Stimme oder ein Job. Die haben sie vor, Also, ich habe einen Job, ich habe eine Wazifte als Lehrer. Die zweite Art ist, was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? Oder was bist du beruflich? Was bist du beruflich? So, die Frage wird, ich bin Kameraman von Beruf. Ich bin Kameraman von Beruf. Die Frage nach Platz. Die Frage ist, wo finde ich die Post? Wo finde ich die Post? Wo finde ich die Post? Die Frage hat eine gute Frage. Du findest das nach rechts, nach links und so weiter. Nach einem Wunsch sprechen. Wenn ich spreche über Emen, dann sage ich, was ich wünsche? Ich wünsche, ich bin selbst, ich bin. Ich will, ich möchte, ich brauche, ich brauche. Ich brauche, ich brauche. Ich hätte gerne, ich hätte gerne. Ich hätte gerne. Untertitel im Überschuss. Da habe ich gesprochen, was ich auf Deutsch verantwortlich? Wofür ich frage mich und ich frage mich über die Frage, die Frage nach der Nr. 1? Wenn ich sage den Begriff, den Begriff, den Begriff, den Begriff, das ist für den Begriff. Das ist ein Beispiel zum Beispiel für den Begriff, den Begriff. Das ist eine gute Begriff. Eine gute Begriff, das ist eine Waffe, eine Säge, oder für die Hane und Schiffre, wie man sagt das in der Arabischen Sprache. Post oder Neue. Alles Gute. Die drei Dämonen sind Post, Post oder Alles Gute, Neue. Das heißt, ich möchte das Neue benutzen, wenn es in der Anfang der Jahre alt ist. Kommt gut nach Hause. Kommt gut nach Hause. Kommt gut nach Hause. Das heißt, Sie gehen oder Sie gehen. Kommt gut nach Hause. Guten Flug. Guten Flug. Kommt gut nach Hause. Oste ist jetzt nicht mit einer Abente» oder eine Aus prosszune. Es steht сейчас der Bes pumpt Gute. »Guten Flug'« Flug« Rose Pilk, Ruhelacher, Ruhelfer пыт betρέft ihr um, oder auch des Autöotes. »S Daha iOS Kapital kommen her verse. winter werden früher oder um, oder wieder retallen. aber zum Beispiel den Respekt oder den Echtraum. Wie können wir einen Wunsch sagen? Wir sehen uns dort nur einen Wunsch. Wir wissen, dass wir einen guten Appetit haben. Prost oder alles Gute. Kommt gut nach Hause. Guten Flug. Viel Glück. Oder alles Gute. Bis bald. Oder auch wieder sehen. Wir wissen, dass wir alle Menschen, die wir machen, sagen sie zu mir. Oder wir schreiben sie auf der Selle. Das ist ja, dass wir alle Menschen haben. Wir müssen alle Menschen haben. Wir kommen dann nach dem anderen. Das ist die zweite. Die Dinge sind sehr wichtig. Das ist ein Beispiel für alle, was wir haben. Ich habe das Gute. Ich habe das Gute. Ich habe das Gute. Wo ich siehe? Das ist richtig. Sie können sie mir besser bringen, geben Sie können. Sie können sie mir besser bringen. Das ist der Slaug der 8. oder kannest du mir bitte bringen, geben, kaufen, leihen, können Sie mir helfen, ich brauche, ich suche, ich muss. Hier darf man nicht, kein können Sie bitte, hier darf man nicht, hier darf man nicht rauchen oder hier darf man keinen Hund mitnehmen, können Sie bitte, da darf ich oder kann ich, kann ich, kann ich machen oder kann ich etwas mehr machen, die bestergeben, wenn wir uns wünschen, ich hätte gerne oder ich möchte, dann darf man nicht, wenn wir uns helfen, wenn wir uns helfen, wenn wir uns helfen, können Sie mir bitte bringen oder ein Buch geben, ein Buch schicken und so weiter, dann wird sie mitnehmen, umher und so weiter zu unterstützen. Um nicht mehr zu unterstützen, also energia zu unterstützen, wenn ihr das jetzt mitnehmen kursieren können, ob ich sage es sagen, wie es gibt, in der Regelung ist es etwas, ein Buch, was ich weiß, ob ich sagen, ich muss, um jetzt mit einer, in einem Tag, das ist, es muss ich zu unterstützen, , muss ich geregnen, was ich besser betrachten? Es ist, wie es der Notenden der Amachter ist, also man kann, die Möglichkeit ist, also jemanden, ob jemanden, dass du einen nicht gemacht hast, oder jemanden zu tun, wenn du das sch procent hast will, oder nicht mögliche zu machen, wie das Beispiel. Sie dürfen nicht hier, 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 mehr als fünf Minuten bleiben. Sie dürfen nicht hier, hier, mehr als fünf Minuten bleiben. Hier werden wir erstellen, wie möglich. Cut, Cut, Cut. Wir machen uns mit dem Mottoleheten sehr wichtig. Wir kommen nach dem Mottoleheten. Was ist das? Wenn wir uns in der Mottoleheten, oder schreibt es in eine Art von einer E-mail. Man muss sich etwas zuerstellen, wie gesagt, wie gesagt. Oder die Nachfolgen. Nachfolgen, die Nachfolgen. Nachfolgen, die Nachfolgen. Wie kann ich es nutzen? Beispielsweise, wenn Sie die Nachfolgen. Sie können mit dem Buch beginnen. Sie haben eine Frau. Sie haben eine Frau. Sie haben eine Frau. Sie haben eine Frau. Lieber, Herr. Oder Liebe, Frau. Lieber oder Liebe, wie gesagt. Sie können mit dem Buch. Sie können mit dem Buch. Wenn Sie mit dem Buch. Hallo, Tim. Oder hi, Sandra. Guten Morgen, Tim. Und so weiter. Wenn Sie aufhören mit freundlichen Grüßen. Wenn Sie mit dem Buch. oder mit freundlichen Grüßen. In der Gesellschaft. Wie gesagt. Viele Liebe, herzliche Grüße. Bis am Samstag. Bis bald. Dann können Sie mit Sie. Oder Sie. Sie mit dem Buch. Und Sie mit dem Buch. 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 So sprechen wir. Oder haben wir gesprochen über Artismus. Und wie können wir das mal fragen und antworten. Auch haben wir über, die, Teil zu schreiben! Und wie können wir das mal eine E-Mail schreiben. Oder ein, äh, text schreiben. per Sie, per Sie und per Du. Das ist unsere Lektion. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und Tschüss. Vielen Dank.